Schönen guten Tag! Hey! Hey! Ronny! Hirschi! Wunderschön! Tag mein Lieber! Mensch, hast kalte Hände! Ja, ist frisch draus! Na, ist doch Sommer! Mit dir ist immer Sommer, oder? Ronny, bist du in der Gegend? Jawoll! Du bist durch Zufall hier schön und dann hast du mal vorbeigekickt. Super! Bin hier lang gerauscht. Ronny, was willst du trinken? Du, ich nehm Bier! Du kriegst ein schöner Berliner. Jawoll, genau. Aber dauert ein bisschen. Naja, sieben Minuten, sagt man ja. Ja, sieben Minuten, dann wäre das ja richtig gut. Bei mir dauert siebzig ungefähr. Naja, die Zeit haben wir auch. Ja, haben wir. Ronny, Fußballgott! Ja, schon eine Weile her, ne? Ja, aber trotzdem. Gerade vor dem Gladbach-Spiel bist du ja im Internet tausendmal gewesen. Ja, da kam einiges wieder hoch. Da kam einiges wieder hoch. Denn wie war denn das Spiel damals eigentlich gegen Schalke da im Olympiastadion? In der großen Schüssel da. Hat euch da der Biss gefehlt damals? Naja, ein bisschen Glück, glaube ich. Hat gefehlt da. War ja nun ein, zwei Mal mit Latte Pfosten. Aber war schön. War ein schönes Erlebnis. War ja gerade die Zeit, wo es umgebaut wurde, das Stadion. War noch eine kleine Baustelle. Aber war trotzdem natürlich ein riesen Erlebnis, vor so vielen Zuschauern dort zu stehen. Und als Drittligist im Finale zu stehen, war schon ein Highlight. Damals war er noch der General-Trainer, glaube ich, ne? Der Chef. Und dann war er im UEFA Cup. Da waren wir im UEFA Cup, ja. Zwei Spiele, also zweimal auswärts durften wir ran, beziehungsweise sogar dreimal. Einmal nicht. In Finnland da irgendwo, im Schneesturm. Da mussten wir wieder zurück, weil ja da welche Flugzeuge irgendwo reingeflohen sind. Ja, ja. Ach stimmt, das war ja das. Das war ja das. Da sind wir da rübergeflogen und als wir auf dem Flughafen angekommen sind, haben sie dann gesagt, nein, fällt aus. Und dann haben wir eine Stadtrundfahrt noch gemacht und dann sind wir wieder zurück. Und dann bist du weitergelaufen? Dann war ich nochmal in Sachsen. Dann warst du nochmal bei der Dynamo? Ja, drei Jahre. War auch schön. Dritte Liga damals noch. Wen hast du da gehabt? Ja, da hatte ich erst Ruth Kaiser. Ah, ja. Und dann kam nochmal zum zweiten Mal dann Ede Geier. Nochmal ein Highlight. Was ist das das für ein Typ als Trainer? Ist das so ein harter Typ? Stimmt, absolut spezieller Typ. Ich hatte ja vorher in Cottbus schon. Stimmt, in Cottbus. Da sind die abgestiegen und du wolltest ja mit denen wahrscheinlich wieder aufsteigen. Wir haben es fast geschafft. Ein Tor hat gefehlt, sonst wären wir gleich wieder hochgegangen. Ja, ist schon ein spezieller Typ. Der ist nicht einfach, aber ist direkt halt. Du weißt, woran du bist bei ihm. Der Eier hat nicht rum. So ein Vergleich? Ein guter Vergleich ist auch Gerland. Den hatte ich ja gehabt. Hermann Gerland. Und die beiden, das ist schon so eine Kategorie. Hermann Gerland. In Nürnberg. Und dann später bei Bayern? Bist du Co-Trainier? Ne, das ist ein anderer Gerland, was? Ne, doch. Das ist der, was? Das ist der, genau. War der hier auch in Berlin? Der war bei Tennis Borussia. Genau, bei TB war er. Genau. Ja, und dann war ich nochmal nach Dresden war ich nochmal ein Jahr in Jena. Dann bin ich wieder zurück in die Heimat, nach Berlin. Stimmt. Dann hast du noch bei BAK? Da war ich noch ein Jahr bei BAK. Da war Jens Hertel damals dann Trainer. Und dann bin ich nochmal zur VSG. Jetzt machen sie da die Tränen richtig am Rad. Ja, die Tränen richtig am Rad. Ich habe vorgestern mit Tusche gesprochen. Ja, der ist zufrieden. Das läuft, ja. So richtig erklären kann er es ja auch nicht. Doppeltrainer? Ja, das ist wahrscheinlich... Aber Kula Heine macht das. Der ist doch super, der Typ. Dem habe ich es zu verdanken, dass ich damals bei Union gelandet bin. Ich war ja dann in Nürnberg und von Nürnberg bin ich ja wieder zurück nach Berlin. Und hatte dann im Prinzip so ein Rad Probetraining bei ihm gemacht bei Union. Und er hat damals dann gesagt, ja, kannst bleiben. So bin ich dann bei Union gelandet eigentlich. Jöschi, vielen Dank. Jetzt kann man ja mit dem Fußball aufhören. Kann man ja wie Lotze Hove sich einen Supermarkt klar machen und wird hier Wurstverkäufer und Bierverkäufer oder man wird Trainer. Bist du nicht geworden? Nicht so richtig? Indirekt, indirekt. Du hast mit den Kids gemacht, ne? Ja, genau. Also Bier verkaufe ich auch. Ich habe die Fußballhalle hier in Weißensee, in Berlin, Weißensee. Ja, Bobo Fueger. Bobo Fueger. In Weißensee, wo ist das? Falkmeierstraße 143 E. Also Herrschaften, dies Jahr mal nicht... BW Eisern. BW Eisern. Mal nicht bohlen gehen. Geht einfach mal zu Ronny, meldet euch da an und dann kann der ganze Betrieb da wahrscheinlich Fußball spielen. Also das ist ein Tipp. Ja und das machst du da? Und das mache ich seit dem Partner? Das war so gerade seit dem Übergang, wo ich dann halt von Jena nach Berlin gekommen bin, hat sich das so entwickelt. Da habe ich meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt und der war schon ein bisschen länger an dieser Halle dran und hatte die Idee schon. Und ich bin da zugestoßen und wir haben es dann beide sozusagen umgesetzt und haben jetzt da daraus so eine Fußball-Indo-Halle gemacht. Ich habe jedes Jahr, Anfang des Jahres, habe ich jetzt schon glaube ich zum fünften oder sechsten Mal den Virus gehabt bei mir. Die kommen immer mit 20 Teams, da ist die Hütte voll, da läuft der Hahn. Und da hast du noch Bier? Ja, waren noch nie alle. Also das hat immer gereicht. Das hast du wahrscheinlich weniger Gläser nachher, ja? Ne, ansonsten ja. Wie gesagt, habe ich schon viel mit Kindern zu tun dort. Die da vorbeikommen, trainieren wollen zusätzlich. Und die coachst du auch ein bisschen? Ja. Feriencamps, Fußballcamps mache ich halt in der Halle halt. Und in den Sommerferien fahre ich auch an Ostsee mal mit Kindern. Dort ein Camp machen, von Montag bis Freitag. Hält frisch und jung. Also Ronny und sein Kindergarten, super. Ja, sozusagen. Das ist ja eigentlich etwas erstrebenswertes, den Kids beizubringen. Also du warst für mich eben so ein Fußball-Vorbild auch. Das muss ich sagen, gerade in den zwei Tagen war das sehr, sehr schön. Das macht Spaß und du hast da trotzdem Kontakt zum Fußball. Ja, genau. Durch meinen Sohn auch, der jetzt in der Union spielt bei Union. Und da hat man dann die Verbundenheit. Hast du Beziehungen, hast du, glaube ich, über Jahr nach Kürze liegt. Ja, Traditionsmannschaft immer noch heißes Thema. Bist du immer dabei? Viele Turniere, viele Spiele im Sommer haben auch. Machst du mit, ne? Jetzt im Januar bin ich vorbei, ja. Ja, schön. Wenn nicht dazwischen kommt, bin ich bei. Ach, was soll da passieren? Also einen Mindestgussabriss kriegst du jetzt nicht mehr, weißt du. Aber denkst du, wo stehen wir? Ich glaube nicht, dass wir da unten großartig mit zu tun haben. Also ich... Schon frühzeitig dort unten absetzen und dann im Mittelfeld irgendwo landen. Also wenn so der Spirit, wie das jetzt so rüberkommt. Genau. Wenn das weitergeht, wenn jetzt kein Abriss ist, ne? Ich glaube, den Abriss hatten wir jetzt am Anfang. Ja, das war noch das. Mit diesem Bremenspiel und Frankfurt und Leverkusen. Aber jetzt haben die sich gefunden. Jetzt haben die so viel Energie auch, genau. Also ich kann... Ich liege mich da fest. Zwischen eins und zehn denke ich, wir haben bestimmt nichts mit den ersten fünf zu tun. Aber danach könnte ich mir eigentlich alles vorstellen, wenn die so eine Saison zurückspielen. Also muss halt... Dann kommt die Winterpause, weißt du... Die ganze Euphorie muss man natürlich mitnehmen, ne? Das ist natürlich... Und die Jungsballer auch noch. Also kann man jetzt... Wenn jetzt so ein Phrasenschwein wäre, würde ich jetzt einen Fünferin stecken. Also man muss ja nur gucken, dass drei unter dir sind, weißt du. Werdet ja schön. Und bis jetzt haut's ja hin. Wir spielen jetzt ja gegen Köln. Oh ja. Erste, erste. Habe ich keine guten Erinnerungen mit Oli. Nee. Da gab's damals ein glattes 7-0 in Köln. Ich weiß. Und das war so blöse. Aua. Das war so blöse. Das war das erste Jahr, ne? Montagabend. War das zweite Jahr. War das zweite Jahr. Montagabend. Alle haben's gesehen. Alle haben's gesehen. Sieben Dinger. Ja. Da ging gar nix an dem Tag. Und das war nicht Bayern gegen Tottenham. Das war wirklich Köln gegen... Kleine Lehrstunde. Eine kleine Lehrstunde. Aber so eine Spiele gibt's halt. Die hast du im Jahr drinnen. Mir würde jeder Trainer sagen, lieber 1x7-0 verlieren, als 7x1-0. Ne? Das war ja... Du musst noch mal in den Schwein stecken. Ronny, musst du deinen Namen mal rufschreiben? Und als erstes Union und dann... Natürlich. Ich glaub, das wird ein Festival. Ja. Ich mach mal einen neuen Deckel. Ich geb mal eine Revanche. Schreibst du viele Zahlen, oder? Ja, ich hab eine große geschrieben. So, dann gucken wir mal. Oh! Ronny 2-0. Jurgi 7-0. Als wieder Fundmaron von 2003, glaub ich, war das. Ich bin gespannt. Wenn's was zwischendrin wird, ist das auch nicht. Wir brauchen ein gutes Torverhältnis und Köln kann jetzt kommen. Ich glaube, wir spielen zu null. Hinten sieht ganz gut aus. Ich danke dir für die Einladung. Nochmal Prost. Ruf gehen. Sagen die uns immer, ihr trinkt nie jener ein Bier aus, ob wir die Leute rausschmeißen. Also Ronny trinkt sein Bier aus. Aber ein bisschen später, wenn wir hier nicht mehr beobachtet werden. Vielleicht auch noch ein zweites. Jurgi, ich danke dir. Gut, mein Lieber. Ich bin dann weg. Ja. Wir sehen uns. Bist du am Sonntag da, oder? Ja. Ich nehm jetzt alles mit, was kommt. Dann sehen wir uns fest. Jurgi. Machen wir. Vielen Dank. Hallo, häng los. Hau rein, Junge. Tschüss. Ciao.